Hey, ich bin's, euer Swarty und das ist ein Announcement-Video und zwar kommt am 29. März, also morgen, mein Kena Bridge of Spirits Platin Guide raus. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe mein Setup gewechselt, ich habe einen neuen PC, die alten Aufnahmen sind leider verloren gegangen, ich musste Kena wieder neu platinieren. Aber unser Vorteil, also Glück im Unglück, denn jetzt ist eine bessere Video-Qualität draußen. Ich habe das Ganze in 2K HDR aufgenommen, ich hoffe, euch gefällt die Qualitätssteigerung und morgen werde ich dann gegen Mittag den Dragon's Dogma Livestreamen und wir werden uns blind in das Spiel begeben und schauen, dass wir das Spiel auch auf jeden Fall platinieren. Für Dragon's Dogma kommen auch Videos und mich würde freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, dass ihr keine Videos mehr verpasst und die Glocke anmachen für die Livestreams. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wie euch die Qualitätssteigerung gefällt und was für Games ihr in Zukunft sehen möchtet. Euer Swarty, macht's gut und hoffentlich bis morgen.